So, also jetzt nochmal, um das mal zu erwähnen, also jetzt hier, was alles in der Videobeschreibung ist, also es ist drin, diese Texture Packs, die ich benutze, ich überlege gerade, eigentlich kann ich die ja fast sogar, die kann ich fast in das normale, ähm, in den normalen Cursed Launcher, kann man das direkt mit einbinden, so wenn das runterlässt, sind die direkt dabei, dann mag das mal so, aber die Shader nicht, das lässt sie nicht mit einbinden, also die sind auch alle unten, stehen da irgendwo rum, und wie gesagt, links zu den, zum Launcher und so, dass man sich das hier alles direkt hier runterladen kann, ne? Ach guck mal, hier ist ein Crafting Table, der ist jetzt, ach so, ich dachte, der ist da standardmäßig, oh, standardmäßig, boah, ist krass, wie der so 3D ist, aber es geht mit dem anderen, noch ein bisschen döller, mit dem anderen, mit dem anderen Shader, okay, ähm, ich wollte Schafe suchen, ich hab sie ja nicht gemacht, bin so ein Vollidiot, ähm, kacke, oh man, ich überlege, was soll ich jetzt machen? Weil ich will jetzt eigentlich nicht sterben, das ist vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise verständlich, oh, die Fackel, ja, boah, die bringen einfach überhaupt nichts, es ist einfach so dunkel mit dem Texture Pack, hier ist eine Kuh, okay, ich hab einen Kopf an der Wand, hä, bist du noch da, ja, ne? Ja, ja, okay, sehr gut, ich hatte grad Schiss, dass wieder irgendwas schiefläuft, oh, sieht das krass aus, ob sich das nochmal ein hier, ich hab dich wahrscheinlich von hinten gleich angegriffen und sterbe, so, ich könnte wenigstens bei mir mal jetzt hier, wo ist die Fackel, hallo? Ich könnte bei mir wenigstens jetzt mal schon mal hier in Craft & Termin setzen, so, fackel, ach, fackel, so, okay, oh, jetzt, jetzt bin ich das erste Mal runtergeflogen, aber das, das ist komisch, weil es, es läuft ja, ich hab jetzt direkt wieder hier, warte, 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 ich weiß, guck mal, jetzt hab ich aber auch ein 18-30er Ping, das ist echt, also ich hab keinen Plan, woran es liegt, es ist mir einfach ein Rätsel, so, ich muss die Tür zu altern, oh, ich bin draußen, haha, ach, guck mal, hat alles nicht gemacht hier, nicht mehr die Fackel hat da abgebaut, in der Craft & Termin ist auch nicht drin, ne? der hat sich direkt rumgeleckt hier, scheiß, scheiß, aha, shit, hoffe, ich kriege das dann in den nächsten Aufnahmen mal ein, hier, ähm, guck mal, mal ein bisschen Ausschau nach diesen Drachen hier, wo bist du gerade? ich bin hier bei meinem Haus, ja, dann Haus muss ich erst noch kennenlernen, wenn ich das so nennen darf, warte, bei den ganzen Feldern, so, ach, ach, guck mal her, ja, hab ich dir direkt ausgerüstet, danke, boah, krass, ey, du machst dein, ich hab mal aus Versehen, du haftest anstatt Schuhe, deine, deine Aufgabe, du machst deine Aufgabe aller Ehre, aller Ehre, aller Ehre, keine Ahnung, ja, du weißt, was ich meine, hab ich echt, sind deine McLightning drin, ne, ich glaub nicht, ha, doch, ich glaub, das hab ich drin, oh, energy of doom, alter, ich wurde grad von hinten runtergeschlagen, ich schluch, hab aber immer, mit dem Wasser gerettet, ernsthaft, alter, du bist ja richtig krass, so krass, das ist das für die Discober, mal, Ampelt, äh, ich will nicht drauf, was ich jetzt mach, eh, was ich jetzt mach, was ich jetzt mach, scheiße, ey, ob ich, ob ich dein Name, mit Lightning drin habe, was mach ich denn jetzt, ist ja nicht irgendeine Tür in dem Teil, da hab ich eine Idee, das ist nur so, oder, D, 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 Deco-Craft, Doktor, Doktor, deinem Surroundings, ne, hab ich nicht drin, oh Gott, Stimme, hab ich nicht drin, so, soll ich meine Bude noch irgendwie schön hier Erde, guck mal, die kann ich doch irgendwo hinsetzen, die Blume darauf, Herbert, ich mach jetzt hier als kleines Andenken an dich, hab ich die nicht vorhin da angestellt, soll irgendwo eine Tür sein in dem Ding, so, hallo, 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 sorry, dass ihr das Glas kaputt gemacht habt, ah, da ist die Tür, Herbert, war wieder alles kaputt, warte, kann ich mal die Bruse, guck mal, ach, Herbert, schön, Mann, wieso, wieso waren ja denn bitte keine Schafe, das kann doch nicht sein, Herbert, ha, 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 Konrad, wo bist du? Das Skorpion, es gibt Skorpion in diesem Ding, und das Skorpion greift mich an, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Au, 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 wo am Ding ist drin, wo ist die Tür, wo ist die Tür, die Tür ist weg, äh, in dem Haus von, äh, in der Schlucht, guck mal, die Treppe runter, da ist das Skorpion, und der greift mich an, Alter, oh, ist ja eklig, sind das die gleichen, wie bei uns damals? Ja, sind exakt die gleichen, Herbert, oh, es ist eklig, ich hasse die Skorpion, ah, oh Gott, Wehrwolf, vielleicht bin auch gleich tot, scheiße, äh, ich will hier weg, oh, ich hasse die, ich hasse die, aua, ich sterbe, ich glaube, ich sterbe auch gleich, bitte im Haus sterben, zu, zu, oh, ha, Herbert, bist du doch da? hey, Herbert, ich wurde von einem Drachen angegriffen, von einem Rad? Ja, ich wurde von einem Drachen angegriffen, glaube ich, ich wurde gerade runtergefunden, selber, ja? Ja, okay, komisch, aber, Herbert, ich glaube, ich wurde von einem Drachen angegriffen, oder so, ja, der macht auch schon eine Drachen-Rolle, damit habe ich noch die Rüstung angehabt, okay, du stehst, kurz vor Abgrund, ich würde da weggehen, alles klar, Mensch, ich weiß gar nicht, was mich jetzt genau angegriffen hat, aber es war auf jeden Fall nicht der Skorpion, der macht auch Gott, Hilfe, der Skorpion hat mich runtergeschubst, da habe ich gedacht, das wäre was für ein Skelett, ähm, und, dann kam er, wenn man hier runter hat mich geschlagen, wurde auf jeden Fall auch vergiftet, oder, oh, sowas in der Art, aber ich traue mich jetzt auch nicht rauszugehen, aber ich lasse die Monster trotzdem, an, das ist ja langweilig jetzt, kann ich hier irgendwie einrichten, rote Beete-Samen, ich brauche Essen, ich brauche Essen, und ich komme nicht raus, also ich könnte dir theoretisch, du bist, wo bist du gerade, unten in diesem Ding immer noch, okay, ja, ich, warte, ich kann dir ein bisschen was bringen, hallo, ich brauche mich selber rauszugehen, häufig ich hier mal kurz mal runter, das ist irgendwie, ha, ha, helf ich nur tot, das kommt hier, das kommt hier, alter, der ist so riesig, und ekelhaft, ja, aber das sind wirklich die, aus, erleitenden Wurzeln, kannst du die bitte, bitte, bitte ausmachen, ja, kann ich machen, dann ist alles anruhe, aber bitte, mach die weg, und ich bin wirklich echt eklig, und ich wollte auch von irgendwas großem, und die machen so krass wie Schaden, ich habe voller Eisenrüstung angehabt, ich, bei mir war das irgendein Drache oder so, puh, ich weiß halt echt nicht, also man muss hier schon irgendwie, irgendwie kann man die einzelnen rauskonfiglen, da hinten ist ein Nenemen, alles klar, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ähm, kann es wieder Tag werden, ja, lang, ich guck mal, wo der Mond ist, oder kannst du den Skorpion irgendwie töten, weil ich, das ist ein Quallen, der Mond ist gleich aus, äh, weg, quatsch, was ist das aber ich für eine Scheiße, der Mond ist gleich weg, der Mond ist aaaaaaah, der Mond ist aaaaaaah, sorry, was ist das für Dinger hier, diese bewegende Blocke, die fliegen, ja, das ist von, was ist das denn, das ist von einem Golem, Herbert, ich will weg hier, ich glaube, ich sollte echt mal ein bisschen, Herbert, geh doch einfach rein, oder komm zu mir, ich bin nicht mann, weil sie beim Kopf kommen, und dann, ach so, du bist ja gestorben, oder wenden, ach du bist ja gestorben, das ist direkt vor allem im Haus, ah, der kommt, der kommt, der ist so schnell, aber, aber, er ist mega schnell, er schlägt mich derzeit, ich will das gerne sehen, ja, wie ist es, der ist übel schnell, Menti-Core, ich, er ist sehr, ich, ja, aber ich glaube, das ist gar nicht ein Skorpion, was ich gerade gekillte, sondern das Ding hat mich von abgekillt, nee, also vorhin war es definitiv ein Skorpion, ja, aber, das sieht aus wie, aber es hat auch Flügel, ist das, das, das Menti-Core ist ultra schnell gewesen, ich kann da überhaupt nicht wegrennen, ich gehe jetzt nicht auf den Server, bevor das Ding weg ist, echt, warte, warte, ich guck mal, wie, ich will mal kurz gucken, wie, 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 , wie, Alter Scheiß, das doof ist halt, ich kann es jetzt nicht direkt rauskontwegen, ich müsste dann den Server einmal neu starten, aber es kann ich ja vielleicht gleich einmal machen, wie lange nehmen wir auf, ich guck mal kurz, Mann, das ist Zeug, ich weiß nicht, ob das despawnt jetzt, äh, ist das, ist das bei dir, oder ist das unten in der Höhle, das liegt unten in der Schlucht drin, oder ist eine Treppe runter, wenn du es schaffst, da runter zu gehen, ich wage mal einen Weg, das ist so widerlich, ekelhaft, oh Gott, hallo, oh, wieso leckt das denn immer rum hier, hallo, Zombie, sag mal, treffe ich den nicht, bin ich dumm, also irgendwie hängt das hier alles, ich, ich kann gar nicht richtig kämpfen, das macht eigentlich alles gar keinen Sinn, geh mal ganz kurz hier rein, das ist ja auch so eine Fleischerbude, wie cool, ich glaube, jetzt ist Hacker, was ist wieder dunkler als vorher, hä, irgendwas stimmt hier nicht, weil ich mir mal einen Schäden, irgendwas ist da, ist dann nicht ganz in Ordnung, aber jetzt ist, sieht jetzt auch viel geiler aus, so, ja, du kannst wieder auf den Server kommen, es ist Tag, warte, da vorne sind nur ein paar Creeper, guck mal, ob ich hier irgendwie, was soll, noch einer, oh, zwei auf einmal, Hilfe, zwei Creeper explodiert gerade, okay, so, ich guck mal, ob ich hier runter gehen kann, obwohl, du bist, Alter, sieht das geil aus, oder, Shade ist auch hammer nice, ich guck mal, wenn ich hier so gut es geht, ah, der ist back, es backt so rum hier, wir brauchen was, wo ist das Dorf, lol, die sind Slime, lol, da hinten, oder, ich habe zwei Schleimbälle gekommen, wovon auch immer, cool, da ist das Dorf, nee, ja, wo ist das Dorf, wie, wo ist das Dorf, warte, wieso haben wir eigentlich keine Map oben, fällt mir gerade auf, wo ist die Map, das muss ich glaube ich einstellen, eine Einstellung, dass du sie anmachst, die ist immer an, das fällt mir gerade jetzt erst auf, da hätte ich es können, ich hätte es können, warte mal, ich gehe mal ganz gut in ein sicheres Haus rein, wo ist die Map, oh, ich trau mich hier nirgendwo mal rein, das Wasser oder sowas, uncrafted ambient sounds, just enough items, das ist jetzt erst einmal gestorben, die ist gar nicht drin, Niemod, die habe ich doch eine Sache eigentlich geholt, oder, ne, habe ich nicht, habe ich jetzt nicht gemacht, ist das Skorpion weg, da ist nix, keine Ahnung, ich glaube, der ist auch am Tag nicht da, ich gehe jetzt mal sofort auf, auf Suche nach Schafen, ich kann mir vorstellen, dass da welche im, im Wald drin sind, weil ich habe hier noch keine gesehen bisher, scheiße, ich mache jetzt das Zeug, ich gehe weg, ist weg, ernsthaft, alles weg, oh, das ist natürlich jetzt, kacke, was war das, 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 eine volle Eisenrüstung, einmal mit Wasser, äh, äh, Spitzhacke, Eisenschwert, das ist natürlich jetzt, kacke, aber können wir jetzt auch nicht ändern, das tut mir natürlich leid, oh, ich brauche essen, ja, du kannst dir selber ein bisschen Weizen holen, ich bin auch gerade ein bisschen unterwegs hier, oh, man, wir essen sogar diese Bäume, diese Ents, können wir irgendwie kurz Monster ausmachen, wenn nachts ist, ja, komm, warte, mach ich, so ein ekelhafter Skorpion möchte ich nur mit voll dir begegnen, ich mache die dann zum nächsten Mal, mache die aus, die Viecher, also, wenn das geht, da ist Schnee, okay, aber, aber im Schneebiom sind doch meistens Schafe, oder, ich gucke mal, also, bei Grong sind im Schneebiom immer Schafe, da sind eher Kühe, eine Schafe, schwarze Panther, cool, ey, alle Viecher, ne, aber nicht, was wir brauchen, ist das eine Maus, okay, da sind Schafe, boah, halleluja, oh, scheiße, ich wollte mir eine Schere machen, aber ich bin so doof, na gut, dann muss ich jetzt hier drauf hoffen, dass das gut ist, was ich tue, wir brauchen ja bei dem Bett, ich habe schon zwei, ich habe jetzt nochmal drei, ich habe drei, also, ich brauche noch einmal ein Schaf, ich brauche noch, ich brauche noch, du brauchst das uns, ich brauche noch, eins brauchen wir noch, also, er ist ja für uns jetzt da sind Schaf, die Musikpaskale, okay, habe ich, aber wenn, wenn ich schon mal hier bin, gucke ich noch ein paar mehr, wenn es geht, da, ich habe ja, ich will ja eigentlich gar nicht, einer ausrocknen, aber wir brauchen die ja eigentlich noch, ja, aber hier sind echt viele, oh, hier sind Hammer viele, okay, also, wenn ich hier, hier kann ich mir dann welche locken, viel später, wir brauchen für uns alle, brauchen wir, ähm, zwölf, ja, vier mal drei, okay, sind sehr, sehr viel, alle sind Hammer, Alter, wie krass, ich, ich könnte sogar, ich könnte sogar zwei Schafe mitnehmen, ich habe nicht Weizen dabei, nochmal, zwar ein bisschen weit, aber komm, egal, das mache ich mal, aber ich brauche erstmal noch, Alter, wie viele sind wirklich Hammer viele, ich kümmere mich erst mal, Scheiße, das ganze Eisen, jetzt brauche ich noch das Eisen, so viel habe ich jetzt, ein Schaf muss leider noch dran glauben, boah, Alter, beim, beim Fressen einfach einfach, aufs, aufs Maul gegeben ist, bisschen gemein, so Schafes, kommt mal jetzt ran hier, geht es überhaupt noch mit Weizen, ja, ich glaube, ja, das erste Ender hat gerade reingefallen, das Schaf, ach, das ist so doof, die sind alle hier reingefallen, oh Gott, Mädels, Mädels und Jungs, warte, brauche ich mal eine Treppe hier raus, bin ich auch reingefallen, okay, ich sage gar nichts, so, ihr dürft, kommt Jungs, Mädels, hallo, na los, ist das andere auch reingefallen, okay, jetzt lässt mich das Schaf hier nicht raus, oh nein, das Schaf, ist ein Türsteher, lässt mich nicht raus, oh, ich habe es geschafft, okay, zwei Schafe reichen, ja, dann lockt die mal nach Hause, dann können wir die da ja züchten, bis zum geht nicht mehr, ist ja lustig, wenn man rückwärts, wenn man rückwärts, äh, an eine Wand geht, springt man nicht automatisch hoch, Herbert, okay, es macht ja auch irgendwie Sinn eigentlich, ah, das ist nochmal Eisen, sehr schön, so, ich wundere mich gerade, woher diese beiden Slime-Bälle kommen, ist Schleim-Bälle, Slime-Bälle, ja, so gehe ich auf die richtige Richtung, ich brauche mal, warum ist der Block hier weg, ich habe mich auch von besetzt, aber ich wundere mich gerade, also das ist eher, mich wirklich jetzt die Map weg ist, das hätte ich nicht da, ist besser gesagt, weil das ist eigentlich, Boxen-Map, die habe ich doch 100% installiert, ich glaube auch irgendwie gerade nur so gut nach Gefühl, ich muss hier hin, glaube ich, oh, die Schafe, die wollen nicht mehr, ach doch, alles gut, so, ich hoffe mal, dass ich in die richtige Richtung mit mir gehe, dann komme ich von da, wenn man Weizen in die Hand, in den Läuchten, das ist wie eine Fackel, dann ist es mit Weizenkörner, ja, ach so, das ist ja komisch, und deswegen hatte ich mal, meinen Fackel, das war ja auch nicht, äh, ich bin Fackel, komisch, so, hier kannst du mal, bist du gerade im Dorf, oder da in der Nähe, ja, kannst du mal, ach nee, alles gut, ich glaube ich muss da lang, da sind die Ends, wo, Schafi, komm, na los, du auch, hallo, jetzt haben sie einmal die Spur verloren, komm, ich kann leider jetzt auch keins verschwenden an dich, komm jetzt mit, ja, jetzt komm, jetzt kommt sie, finde ich, ich muss ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt hier nicht sterben, es leuchtet aber wirklich, hast recht, fühlt mir jetzt auch, wenn ich so am, am Hang, das immer so in der Hand habe, oh, Mann, jetzt hat wieder Schaf runtergeschubst, die stecken doch alle unter einer Decke, so, so, komm jetzt, oh, die sind nicht doof, komm jetzt runter, so, hat das Schwein auch mit, ne, glaub, da braucht man Körner für, ne, oder, oder, Nee, da braucht man Scharotten, so, oh, ich hoffe so, dass ich jetzt in die richtige Richtung gehe, aber da sind die Ends, ich glaube, das müsste stimmen, ich muss ja noch durch den Wald durch, ne, Gott, ich bin so weit gelaufen, kann mir jetzt gar nicht so weit fahren, oh, Schafi, warum seid ihr denn so lahmarschig, oh, ist noch ein drittes dazu gekommen, cool, cool, kommt das her, das ist immer Geräusch eben, kommt die alle, hier, ich habe doch noch, wo kam das denn jetzt her, irgendwie, hat sich gerade ein Schaf dazugezogen, ich bin ja noch mehr, sogar ein braunes Schaf, alter, wie viele, boah, ich habe der ganze Herd auf einmal, cool, das sind nämlich sechs Stück jetzt, oder, fünf, ne, 6, 6, 5 weiß und ein braunes, das ist ja cool, nicht durchs Wasser, Jungs, und Milz, nicht durchs Wasser, sehr gut, ja, das Dorf, okay, Halleluja, ich habe es gefunden, na los, kommt jetzt hier, oh, ihr seid so lahmarschig, ich wollte jetzt immer alle wieder einzufangen, wenn mal einer nicht dabei ist, aber ich will jetzt alle mitnehmen, das wäre jetzt mehrere, jetzt habe ich den Ehrgeist, das braune Wild auf jeden Fall mitnehmen, sind alle dabei? ja, ach guck mal da oben, sehr schön, ich glaube, jetzt alle in das eine Gatter passen, warte mal, warte mal, wie der Baum so 3D ist, Alter, das ist so krass, also so mit dem, weißt du, so, alle haben, ja, geil, alle, alle da, so, kommt, wie, wie geht denn mal, wie geht denn mal, dieses, dieses Eisenbahnlied, wer will mit nach Dingens fahren, hier kommt die Eisenbahn, wer will mit ins Dorf fahren, sind es alle 6, ja, geil, cool, husche Bahn, husche Bahn, wir jetzt durch den Wald, das wird ein kleiner, ein Mordstrip, weil es hier sehr dunkel ist, aber ich habe natürlich Körner gelegt, dass sonst die verlaufen, so,